Du hast mich erschreckt. Zum Ausruhen fehlt uns aber leider die Zeit. Ich wusste nicht, ob ihr es schafft. Bedank dich noch nicht. Wir müssen diese Zellen ausschalten. Das heißt, auf ins Büro der Aufseherin. Hast du von der Störung in der Verarbeitung... Clank meinte, ich soll versuchen, dir zu verzeihen. Ich, ähm... Ich gehe zurück nach Zavali. Ich hätte niemals... Warte! Du verkriegst dich wieder? Jetzt? Es tut mir... Ehrlich, es tut mir leid, Rivet. Wirklich alles. Warte, wo's geht? Sie kommt nicht weg. Aber... Nur weil sie sich für gefährlich hält. Und vielleicht hat sie recht. Und du gibst sie also einfach auf, weil du Angst hast? Sagt der große Held, der zu feige ist, die anderen Lombaxe zu suchen? Zumindest ist meine Angst berechtigt. Entschuldigung. Entschuldigung, ich... Und du bist die Gute. Hör mal rein! Hey, wie er ist? Billig, ich... Ich... Und heute geht's wieder weiter mit der neuen Folge von Ratchet und Uncle Hank Rift Apart. so wir sind hier frisch freundlich und fröhlich stehen geblieben und müssen auch gleich durch das der stabiler wie die arke ist damit der arbeit hat okay diese errungenschaft mache ich dir gleich hart kaputt und zwar richtig ich verarbeite ich mich gleich zur pampelmoser das kriegen wir schon hin du aber erst mal ein kleines bord hier holen viel wichtiger den haben wir aber es fehlen immer noch ein paar bots zwei stücke genau zu sein diese beute ist es nicht wert wir müssen hier ausbrechen alter dein bizeps würde da niemals durch passen der bizeps passt an danke wir haben beschlossen dich nicht mehr umzubringen lässt du uns raus sie denkt darüber nach ja ich denke schon ich denke dass ich heute drin sitzen was okay hallo kollegen soll ich euch alle freilassen deine freunde sind dort entlang falls du hilfe brauchst kümmere dich um sie und danke wir machen hier weiter du hast mich erschreckt zum ausruhen fehlt uns aber leider die zeit du warst schnell hier danke sie haben ratchet und kick durch diese tür gebracht irgendwas mit hochsicherheitstrakt wir holen sie noch ein und ich bin froh dass es dir gut geht klank ebenso was besser das tun als mich mit dir herum zu schlagen halt stopp ich brauche ganz kurz brauche ich brauche das zeug schnauze du kriegst gleich eine riesige armee und kein robot an hals geht es wenn du weiter aufs all gehst ich habe anscheinend schon ach du heilig beruhigt euch schaut euch das an präzisionsjäger ich habe ein bisschen was stärkeres erwartet ja kann ja auch passieren oder ok wir haben hier einen haufen typen die wir uns alle nicht mögen wirklich jetzt muss ich nochmal machen kann ich jetzt einfach ich es so ich habe ein paar sekunden zeiten der luft zu zoomen was das hat es noch mal ein bisschen interessanter keine muni mehr mann nixer feuer der steueradus ist immens ähm was haben wir noch laser muss laser aber wie schnell ging das jetzt so eine sache brauchen wir noch der ist da oben dann durchkommen wir zu Ratchets und Kitts Zelle ja beruhigt dich mal sowohl die es die Begegnung mit Kitts wird ist das tut mir leid dass ich die zurückließe ähm das stimmt ja ja gut gemacht ich verstehe ja ja gut gemacht nein ähm ja genau ich nehme an du hast du hab ich irgendwie was dann passt geistig oder wie vollgas das sind viele Gefangene das muss jeder sein der den Imperator jemals verärgert hat also Gefangene wie viele das wohl wären am Ende ne ok erstmal dir da hinten eine kleine Freude machen vielleicht richtig werfen dann passt das oh ja wir werden so gute Freunde so sollte reichen ja ja sicher Ratchet und Kitt sie dürfen nicht tiefer in das Gefängnis hinein wo sind meine Spezialgefangenen ich weiß es nicht ich weiß wo du bist es langt schon level up cool wenn ich noch einmal abbrechen könnte bevor ich in den Bossfight gehe in den Bossfight so bots sind hier garantiert keine mehr anscheinend aber dann falls wir uns ja nicht mehr viel übrig oder holen wir hier mal einen Speicher russ einfach nur zur Sicherheit wir sind jetzt bei 90% das geht so schnell Leute das ist irgendwie traurig dass ich dafür 70 Euro blittern soll also musste besser gesagt das ist irgendwie jetzt traurig die beschraft werden müssen nein nicht jetzt ich will dich ja nicht drängen aber Ratchet und Kitt sollen verlegt werden ja ist alles ok wir haben Zeit riesiger am Weg lebt der am Sattel so hat funktioniert das ist nochmal ein Haufen Muni und dann bin ich happy und los geht's das ist ich kenne mich hier aus ist alles ok uns gehts gut wir wollten irgendwie fliehen keine Sorge wir holen euch hier raus ich versuche Das alles muss Kit große Sorgen machen. So ungefähr. Okay, Bolz. Ich sag's dir. Kit ist der Kampfbot, der meinen Arm abtrennte. Oh je. Ähm, ich... Ja. Jedenfalls, das ist los. Ja, ähm, egal. Beste Freunde trennen sich einmal den Arm ab. Einmal? Ja, ich versuche es mir gut zu reden. Ich weiß, aber... Sie war ja da noch nicht so wie jetzt. Das ist... Ach, gehen wir nicht rum. Wir können es nicht. Wir können uns das jetzt nicht mehr gut reden. Und ich suche einen Weg nach vorn. Nicht-autorisiertes Individuum entdeckt. Juhu. Autsch. Autsch. Voll in die Fresse gekommen. Ja, schweres Geschoss. Das ist wirklich schwer. Das hört sich an, wenn es da hinschlägt. So eine Bombe. Ein direkter. Presse geknallt. Aber ich habe es in zweimal geschossen. Upsi. Vielleicht kannst du die Schlösser mit dem Hammer überbeuten. Äh? Welche Schlösser? Was redet die? Alter. Ich wusste nicht, ob ihr es schafft. Bedankt dich noch nicht. Wir müssen diese Zellen ausschalten. Das heißt, auf ins Büro der Aufseherin. Hast du von der Störung in der Verarbeitung gehört? Es heißt, es war vielleicht... Wie gut kennst du dich aus? Ja, warst du schon hier? Jawohl. So, was gibt es hier? Oh, hier gibt es auch der ganze Chat. Guck mal, da ist Rüstung. Hallo. Hat er Rüstung für mich? Bisschen rüttete Rüstung, du. Oh, dann... Wir holen uns doch das hier. Halsch... Träubchen? Wirklich tolle Information. Oh, hey, Rivet. Mach dir keine Sorgen um uns. Wir haben einen Plan, um hier rauszukommen. Mord? Wie bist du? Oh, ich wusste schon ein paar Tage. Wir sind seit Schluss, es ging wie Sperrstunde. Hahahaha. Okay, da kommen wir anscheinend irgendwie später durch. Oder wir gehen jetzt einfach zum Ende und bis es dann irgendwann normal. So, Leute. Noch einmal dürfen wir uns aufbessern. Anscheinend. Wenn du das beim Mist zur Konkaufs, ist das Qualität. Das ist echt schön, aber wir haben andere Probleme als Qualität. Das ist ja Quantität. Wo ist denn jetzt die Waffe? Hier ist er. Das ist eine mächtig feine Verbesserung. Ja, aber leider noch nicht so ganz das, was ich will. Oh, was ist denn da oben drin? Oh, irgendwas komisches auf jeden Fall. Mein Stichwort, bin gleich wieder da. Ja, was soll ich jetzt hier? Wabbel! Oh, ja, das ist das Büro der Aufseherin. Wir müssen mit diesen Plattformen näher ran. Und von da aus weiter. Sei vorsichtig. Hier geht's tief runter. Tief, tief runter, sagt er. Richtig tief geht's hier runter. Halt, 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 halt. Kreibe dich da fest. Oh, Mann. Geht's denn jetzt da lang? Nochmal Vollgas? Da, das ist das Büro der Aufseherin. Wir müssen mit diesen Plattformen näher ran. Und von da aus weiter. Sei vorsichtig. Hier geht's tief runter. Ah, ich hab verstanden, wo's lang geht. Durch diese offene Zugangsluke. Schon fast da. Oh, nein, Ventilator. Hallo? Ja, ist auf den Weg. Der hat er auf den Weg oder aus dem Weg gesagt? Weil aus hab ich jetzt nicht verstanden. Ich hab nur auf. So. Okay. Na, dann gehen wir mal ran, du. Mach mal auf den Scheiß. Notabschaltung eingeleitet. Leiter Energie zum VIP-Bereich um. Ratchet ist in einer VIP-Zelle, oder? Ja. Ja. Hm, 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 hm. Ah. Kann ich nicht einfach... Hier geht's mal aus. Oh. Komm, nehm' mir da noch. Geschafft. Das war absolut nicht von Spie so gedacht. Safe. Aber egal. Abkürzung ist Abkürzung. Und gut noch. Und natürlich haben wir uns selbst ins Bein gefickt. Okay. Oder? Ich hab mir natürlich selbst ins Bein gefickt. Ja. Ich glaub, mein Fehler bemerkt. Okay. Und wieder zurück. Komm ich überhaupt wieder zurück? Und natürlich, dass wir keine Abwechslung haben. Ja, ich liebe diese Waffen mittlerweile. So viele Waffen hier, damit kann ich die ganze Welt erobern. Und dann... Achtung. Revolte im Gang. Verstärkungskapazität bei 56%. Und... Miau... Fix was. Du hast ganz genau gehört, was jetzt hier abgeht. Hier ist ein Puddle-Turn. Oh, oh. Die Waffe geht halt richtig ab, Leute. Die Mörder langsam. Oh. die funktion lokale verstärkungen hat keine muni mehr ist hier muni nur ein bisschen auch drauf sich zu schießen so nix jetzt raus wir haben neue verbündete beruhig dich ja schon jetzt erst mal was wichtigeres ich werde einen plan b entwickeln ihre zelle schneller einholen bevor sie für immer in den tiefen des gefängnisses weggesperrt sind oder einen plan c vielleicht und wo genau geht es lang auch mehrere wege nach oben und verunter wenn schlecht hält ich fall über und mit der hälfte über unterfeld ok und dort aus dann ein bisschen nach freunders egal ich bin gespannt auf die fünfte stufe könnten könnten wir sie abbremsen ich bin gespannt auf die fünfte stufe die fünfte stufe die fünfte stufe die knöpfe und öffne die tür lachst du brauchst zu lachen ich dachte kid wäre meine freundin aber sie ist eine lila lügnerin sie scheint es tief zu bereuen und jetzt weiter ja schnüffel nicht so viel lachgas wir werden es nicht fänglich an den spalt die fünfte stufe die fünfte stufe geschafft 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 man will nicht kämpfen die fünfte stufe die fünfte stufe die fünfte stufe ist So, wir haben noch mehr Muni. Einer einfach da vorne stehen bleiben und chillen. Wahrscheinlich sind die einfach zu weit weg sonst. Naja, beruhig dich. Oh shit, so voller Gegend saust. Okay, ähm, dann wird er hier. Halt, stopp. Fliegende Objekte. Äh, das ja. Der Spezialtransfer droht zu scheitern. Wir brauchen noch mehr Hilfe. Ah, Mann. Das ist eine echt gute Frage. Oh, Mann. Haben wir noch ein paar? Ja. Die Armee kann doch mal... Was? Desto größer dein Käfig? Desto größer dein Käfig? Was? Ist das nicht ein tolles Angebot? Weg ist es. Ich glaube, das waren alle. Ich glaube, das waren alle. Du glaubst das? Ja, irgendwie klar, ne? Gucken wir mal, ich will noch ein bisschen Mund in kriegen. Ja, das ist doch kein Problem. Aber doch, das liegt. Der Schiff wird ein Treffer. Sag mal, schießt auf mich? Ja. Dann schießt auf mich. Ja. Dann kann ich auch mal ein Waffenleveln. Wurfen. Das ist ja eine gute Idee, die schweren Waffe fallen zu lassen. Fang mal an. Mach's nach. Okay, erst das Ding ist kaputt. Hm, jetzt sind so viele Leute hier. Ja, was ist denn das? Ach so, da. Und dann haben wir schon da keine Muni mehr. Das geht so schnell. Ich kann jetzt meinen Schlüssel mal da reinstecken. Weg bist du. Schnell! Zieh die Zelle mit dieser Kurbel zu uns zurück. Mann! Zieh die Zelle nicht! Du! 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 Ich freuere mich! Ich küsse, oder? Ich küsse, oder? Gä? Hat jemand Verstärkung gerufen? Danke für die Rettung. Kit, bist du... Lass uns allein. Wir warten beim Schiff. Clank meinte, ich soll versuchen, dir zu verzeihen. Ich, ähm... Ich gehe zurück nach Zavali. Ich hätte niemals... Warte! Du verkrießt dich wieder? Jetzt? Es tut mir... Ehrlich, es tut mir leid, Rivet. Wirklich alles. Ich... Ich bin kein guter Partner. Du könntest es werden! Hättest du mir in jener Nacht geholfen, statt wegzulaufen, wäre vielleicht alles anders. Hättest du die Wahrheit gesagt? Vielleicht... Wieso versteht ihr das alle nicht? Ich bin kaputt. Und werde es immer bleiben. Schön. Versteck dich. Wir müssen ein Universum retten. Universen, egal. Ich brauche eh keinen Partner. Warte. Wo es geht? Sie kommt nicht mit. Aber... Kits sollte hier sein. Sie wollte aber nicht. Aber nur, weil sie sich für gefährlich hält. Und vielleicht hat sie recht. Und du gibst sie also einfach auf, weil du Angst hast? Sagt der große Held, der zu feige ist, die anderen Lombaxe zu suchen? Zumindest ist meine Angst berechtigt. Sorry, ich... Verzeihung. Ich glaube, ich weiß, wie wir den Imperator finden. Wenn ihr bereit für den Kampf seid, dann kommt zu mir. Salve, dir gefällt mein Video? Dann lass doch ganz einfach ein Abo und einen Daumen nach oben da. Wird mich riesig darüber freuen. Was hast du gesagt? Du hast noch nicht genug von mir gesehen? Na dann, klick auf das rechte Video für eine Playlist. Oder auf das linke Video für ein auf dich spezialisiertes Video. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Joey Joey.